Hi, Servus Leute und Willkommen zu einer neuen, brandneuen Staffel Raft. Wo gehts lang? Plan? Höhle. Höhle. Wir haben keine Schafel dabei, aber da ist ne Kiste, ne? Müsste ja. Ich nehme vom Weg zur Höhle ein bisschen Holz mit. Ja, ich warte nie auf dich. Dann verfeuere kein Holz mehr, erneut irgendwas anderes, du hast eh nix mehr. Wenn man nix hat, kann man auch nix ausrufen. Das ist schon mal gut. Der Vogel will uns. Ja. Aber wir haben ein Dach für uns. Gut, ich nehme mal für Jonas die Pilze mit hier. Ja. Dankeschön. Brauchst du ja im Wald auch mal den Kochtopf, ne? Ach, die Scheiße. Denkst du unten? Ich glaube auch noch. Jaja, unten gehts auch noch lang, ich weiß, ich muss aber erst irgendwo anfangen. Ja, ich sah so aus, wenn du noch draußen gehst. Ne, ne, oben ist halt auch der letzte Dreckbollen, ganz oben in der höheren Ebene. So, jetzt komme ich zu der Melone. Er war ja schon, ach nee, ich kann erst mal ne Ananas essen. Und ne Kokosnuss. Das ist gut. Melone gespart. Du holst das Zeug aus dem Wasser, okay. Ja. Bin ich jetzt doch in der Kiste vorbei, oder was? Ich bin grad auch verwirrt, aber normal ist doch ne Kiste in den Höhlen. Ich dachte auch. Ist das bei dir vielleicht mal abtauchen da hinten? Ne, da gibt es zwei mehr, ich fülle mal kurz raus. Ja, mach mal zwei, drei Meter raus, der hat ja auch gerade geworfen, der Vogel, ist das egal. Nö. Nö. Ne. Ne Höhle ohne Kiste. Ach, die steht oben bei dem. Aber im Moment, jetzt Metall, da sehe ich was mit. Und Kupfer. Ja. Mach das. Mach das. Mach das. Wie viele Pfeile wird denn der brauchen? Zwanzig, ne? Bestimmt. Wie viele Steine? Zwölf. Ne, zwanzig glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, weil es sind ja nur Steinpfeile und wir sind ja auf hart. Also, puh. Ja, und du musst ja auch jeden Schuss dann treffen, also bin. Wär gut, ja. Weil ich denke, wir haben ja nicht genug Pfeile. Weiß ich. Ich hab 17. Treffen tue ich vielleicht 10. Wird, glaube ich, nicht ganz reichen. Aber er heilt sich nicht. Ne. Das wissen wir ja. Ich bin mal auf dem Weg nach oben zu dem. Ja. Wie geht's hast du, ne? Was hab ich? Die Geste hast du. Nein, die ist ja bei ihm da oben. Achso, achso. Da ist die Frage, ich würde die jetzt dem versuchen unter dem Hintern wegzuklauen, ohne den kaputt machen zu müssen. Okay. Ich dachte, du wärst auch mit hier wegen geteiltes Ziel oder so. Wenn du in Bewegung bleibst, dann trifft er dich normalerweise nicht. Hm. Hab ich schon mal gehört. Ich glaub, die Speedrun-Folge muss ich jetzt keine anschauen. Das ist eine recht alte, qualitativ schlechte Folge, aber... Hat auch jemand gesagt. Einfach rennen und springen, dann wisst ihr uns nicht. Ha. Ha. Das muss nicht ganz ja immer. Ja. Ha. Kiste geklaut, du. Da war ein Glas dabei. Ich hacke jetzt an dem Baum rum. Kann ja nicht sein, dass du mich jetzt trifft hier. Aber ich denke mal, ich halte ein bisschen was aus. Okay, dann such ich mal einen Aufentflug. Da sind drei Bäume, die müssen wir unbedingt mitnehmen. Ja. Wo ist er denn? Ich kann ihn nicht sehen. Wollte eigentlich schon grad ein Lob aussprechen, dass das vielleicht funktioniert, was du da treibst. Ah, ich sehe ihn jetzt. Ich lauf mal zu ihm. Hallo Vogel, da sind mal ein Stein dabei. Bücherstab habe ich jetzt gelernt, okay. Nicht mal ein Stein dabei. Den ist er also noch am holen. Hier oben sind jetzt nur noch Blumen. Gibt ja auf den Inseln immer so Kisten und so und Zeugs. Aber es ist jetzt nichts bei rumgekommen. Wenn ja Ananas oder irgendwas war, hast du das vielleicht schon aufgehoben, ne? Äh, ja. Dann bin ich mal so ein bisschen auf dem Rückweg hier. Ja, holte ich jetzt einen Stein wieder. Okay. Hier hat auf der Insel zwei Ziegen. Unten war auch schon eine. Ja, wir hätten da eher einen Lama gebraucht, aus meiner Meinung nach. Ja, ja. Die Milch, aber wir könnten die Milch trinken. Die gibt gut zu, gut trinken. Ah. Ja, gut. Dann müssen wir uns halt jetzt die Schaufel noch machen und gucken, ob wir das... ...wann bekommen. Das ist alles wieder so teuer wahrscheinlich. Und ne, wo brauchen wir dann auch noch? Auch Holz. Gut, ich bin jetzt wahrscheinlich weit genug weg von dem. Ich hab Brote Beeren für Jonas. Rote Beeren, hast du die jetzt eingesammelt? Ja, die liegen genau. Hast du Platz in deinem Inventar? Ja, ich hab viel Platz. Dann werfe ich die rote Dings mal raus. Okay. Ist das hier. Und... ...du hast viel Platz. Werfe ich mal die Seeds raus. Weiß nicht, ob man die jetzt noch braucht. So, jetzt habe ich wieder vier Slots frei. Und dann hack mal auf den Baum ein. Also, was das betrifft, kommt schon mal gut was rum an du holst. Das ist schon gut. Das finde ich auch toll. Zwei Stacks schon. Ja, das ist toll. Hast du noch Steine? Zufällig? Ich hab noch sechs, ja. Ja. Meine Rettung. Hast du sie jetzt angerufen? Ich hab sie auch gerufen. Ich dachte ich fliege runter. Okay. Wir sehen wie sie wegfliegen und dann waren sie aber auch wirklich weg. Gut, ich dachte ich muss noch mal runter wegen dem einen Baum hier und eine Axt von unten holen. Die komplette Axt verbraucht, ne? Die war ja nagelneu. Ja, ja. Also eine Axt und dann nochmal zwei Bäume extra schon. Und dann steht auch noch ein Baum. Ich weiß sogar zwei. Ah ja, zwei, ja. Ich weiß auch noch ganz dahinten. Aber auch diese kleinen Encheln da noch. Okay. Wäre schön, wenn du mitkommst. Weil ich wahrscheinlich schon auch überladen bin irgendwann. Ja. Schlafen sie zuvor und schau auf die Engels auf deinen Baum. Okay, Metallbarren haben wir nicht zufällig bekommen, ne. Schade. Wir müssen auch mal zurück mit der Schaufel dann auf jeden Fall. Also würde ich sagen, dass wir den Dreck vielleicht doch langsam brauchen. Ja. Plummsklo. Ah, was war das denn? Ähm. Hier drüben ist kein Baum. Kein Baum? Ne. Da gibt's nichts zu holen dort auf der Insel, oder was? Das war eine rote Beere. Okay. Gibt's auf der Rückseite vielleicht ein bisschen was, was wir aus dem Wasser holen können? Wir sind recht weit weg vom Fluss. Ich schau mal. Äh. Ich hätte noch. Geht dir was? Ja. Ich. Was bringt denn mehr Essen? Ananas? Manko? Oder Kokosnuss? Ähm. Ananas bringt ganz gut. Essen? Mhm. Dann geb ich schon die Ananas. Das bringt äh ungefähr gleich viel. Also sozusagen. Ja, jetzt bisschen was im Wasser. So viel ungefähr wie eine Rübe gebraten und vielleicht ein bisschen weniger eine rohe Rübe. Ebenfalls Wasser und äh Essen. Beides. Glaube ich. Wasser. Au. Obel ist hier. Ich glaube Mango ist genauso. Ich hab dir hier hergeworfen, aber du hast nicht reagiert. Ananas. Danke. So. So. Also müssen wir jetzt hier ans Wasser oder? Da ist ein Pufferfisch. Ja. Da ist ein Pufferfisch. Weil an der Brücke da rechts an dem Stein. Ok. Hat mich schon gespottet. Ok. Dann mach ich den. Ja. Ah ist ananas 6. Der Essen ist exaktion und jetzt hab ich jetzt Felix das gegeben. Dankeschön. Oh jetzt richtig viel Gliber. Oder Zita. Fünf Pfeile brauche. ok ja hier habe ich auch ganz viel von diesem seetank ja genau das meinte ich auch, also das habe ich gesehen als ich zu dir geguckt habe ah ok aber das habe ich schon sieben stück ähm steine auch mitnehmen, das waren wahrscheinlich die letzten drei die ich von dir habe ja aber ich hatte bisher noch keine steine gesichtet ok dann fange ich mal mit den steinen an seltsamerweise hebt man als allererste steine auf oh hier sind ein paar käte, ich konnte nichts tragen ich esse ein... hm, ne will ich jetzt noch nicht essen, ich werfe Palmsamen weg gut ich kann nichts mitnehmen, aber ich sehe deine Pakete, ich komme ja, es ist nur... ach so, da machen wir es Palmsamen und... okay dann, habe ich aufgehoben Palmsamen wäre jetzt egal was kann ich denn noch loswerden? einen Sand werfe ich mir tropisch mal ja, ich nehme es mal mit, bis ich auch keinen Platz mehr habe was können wir denn dir noch geben? ich habe ein einzelnes Seil nützt mir auch nichts, ich habe zwei Palmenwedel, die gebe ich dir und dann kannst du dir ein Seil drauf machen Leute, Palmenwedel kann ich auch so schon ok, dann wirfst du halt das Seil weg ein Seil, wenn es dann mal so weit ist ja, ich habe vorher immer so viele Palmendinger gehabt dass ich Seile draus gemacht habe bis 20, sonst habe ich vorher ein Fass aufgenommen und ein Seil bekommen da braucht der Haken im Seil ne, 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 braucht er nicht äh, ne leider haben wir immer bei uns, an unserer Hosentasche ja da gibt es noch diese Pflanze, wir brauchen natürlich auch einen Slot ach, diese Silberalde da ja ja, kann ich aufheben ich habe jetzt die eine Kartoffel, die ich jetzt gleich verputzen muss ok jetzt ist der Slot schon mal frei und das ist Luft, was das Problem ist, ich dachte das wäre Wasser, ne, es ist aber Luft also irgendwie dann doch das Wasserproblem ok gut doch nicht, mit Luft, wenn man verhungert oder verdurstet, geht es glaube ich schneller runter, ruhig nochmal kurz aber man verliert auch beim verdurstet und verhungern, solange es über dem Strich ist kein Leben, oder? wie und am, äh, erst wenn es glaube ich komplett leer ist, oder? ja, eben weil sonst wäre es ja erklärbar, weil dann steckt es sich einfach auf, aber solange es über dem Strich ist, ist es doch eigentlich egal doch, es geht langsamer, meine ich ok wenn man über dem Strich ist es sieht ja eigentlich eine Verpflegung aus, wie kommst du plötzlich so weit noch? ja, jetzt ist auch meins leer, also ich bin knapp über dem Strich weil der Weg ist dann richtig lange, wenn wir uns nicht bewegen können ich hätte halt noch Mango, hätte ich halt nochmal angeboten, ne, dann? hm, ach, was hast du noch bei? Mango aber halt mehr wie eine also nicht halbieren, kann man das auch irgendwie? ähm, Mausrad reindrücken ok ja willst du es schon haben? ja dreimal Mango danke schön danke schön danke schön sehr nett von Ihnen, sehr nett bitte schön umso länger bist du hier mit am Start und du kannst das Zeug aufheben mach mal oben an der Oberfläche ach, jetzt mach mal eine Silberalge weichke, kommst du noch weg nicht, ich nehme sie so dann ab? ja, ein Eventar habe ich noch, aber ich weiß nicht wie lange noch also mhm ich hol mal an der Oberfläche ein bisschen was von dem Kunststoff und Holz und so mhm Palmenwedel ach, er ist gar nicht so ruhig, sondern er hat wieder ein Problem mit dem Funk ne, ich bin tatsächlich so ruhig, aber ich hab's grad gehört und dann weiß ich immer, dass es gerade wieder abgeschwirt ist mhm das ist schon mal, wenn es knisse als ich halt kurz eine kurze Störung im Headset und dann schmeißt du das weg weißt du, ob die Kiste... ja, die Kiste ist noch da also, das sieht so aus langsam wird's kritisch, ähm also ich stehe hier, äh, auf der Insel hab hier alles zu essen, was ich noch hab was ich gerade immer im letzten Moment esse mal halt wahrsam zu sein und gleich hier viel trinken also halt die Melonen, die du mir hier gegeben hast äh, und schau aufs Raft und geh immer nur kurz drauf, wenn ich eine Möwe sehe, um sie kurz zu töten beziehungsweise einmal anzunehmen und dann kann es sein, dass manchmal kurz ein Hall kommt und die knabbern um mich gerne an den Ecken also eine Ecke ist schon verstauen und die, wo der Anker dran hängt auch ja, du könntest uns ja eigentlich auch einfach entgegen kommen und vielleicht ein bisschen Zeug abnehmen zum Beispiel oder mitmachen im Wasser aber du kannst kaum laufen oder wie ja auch, aber ich habe nicht mehr so viel Essen und Trinken ja, wir leben hier auch am Minimum aber vielleicht können wir ja nach dieser großen Aktion hier uns mal ein bisschen reicher fühlen, ich weiß es nicht wirklich ja so, ich hab jetzt noch eine Mango und dann ist aber auch durch ok die Melonen bringt ja nichts, weil ich ja Hunger oder ein Problem habe ja an der Kiste, die du gesagt hast, müssen wir da jetzt noch hin oder wie? ja ich kann noch ein Metall holen und noch ein Silberalke gleich aber es ist in der Nähe von der Kiste ok, dann und noch ein Purfisch ja, der ist immer eigentlich bei der Kiste, oder? ja, ich meine das hat ihn meistens beschützt, irgendwie so ja ja, ich weiß natürlich nicht, wo du bist, aber hier ist auch noch jede Menge Ton und so ein Zeugs ok ja, ich bin raus aufs Meer geschwommen sogar ziemlich weit sogar ach du Schreck, da komme ich auch nicht mal hin mit meinem Pistol Verpflegung hm, ich versuche ja, die Kiste hat knapp, ich habe einen Winter auch dazu ich habe einen Samen wegschmeißen wasser Minonen Samen ein Stück ja, weg damit, hau raus anderen hast eigentlich auch, oder? vier Stück ich, ich schau mal ja hau raus die Samen, die bekommen immer wieder ich denke so viel kann er gar nicht verbauen auf dem Raft dann Das ist die letzte Mankwoche. Also wenn ich jetzt noch irgendwas einsatzmäßig machen soll, dann jetzt. Aber eigentlich habe ich ja auch genug zum Looten. Ich hole die Kiste, dann bin ich da auch weg hier. Also ich habe jetzt kein Wasser mehr. Ich habe gerade dieses Stückchen Melone gegessen. Also ich weiß, ich kann nicht mal entgegenkommen. Aber ich kann nicht lang, dann bin ich langsam. Ja, eine Melone kannst du bekommen. Also Wasser ist gerade nicht das Problem, weil wir ja Melonen dabei hatten. Bei uns ist es eher das Essen. Bei mir, auf jeden Fall. Okay, ich habe alles einpacken können. In der Kiste. Also sobald wir Holz haben, haben wir Essen, weil ich habe noch ganz viel, was ich braten kann. Ja, genug Holz bei Tasche, ja. Auf jeden Fall. Ich habe schon drei Fische verputzt. Große, also große Fische. Gleich. Gut, dann brauchst du jetzt keine Inventarhilfe, Felix, oder was? Nee. Aber ich gehe jetzt zurück. Ich bin da jetzt noch nicht gleich. Ja. Oh, hier ist gerade noch Metall. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Richtiges Eisen. Ja. Nicht dieser Schrott. Du musst es noch mitnehmen. Jonas, ich muss, ich esse eine B, ist mir leid. Nein. Doch. Dann müssen wir dann nochmal ins Wasser gehen. Hier scheint noch mehr zu sein. Hier ist auch noch was. Ah, du bist bei mir hier. Das ist das, was ich... Okay, aber ich bin halt jetzt auch gerade langsam geworden. Okay, mal gucken. Vielleicht schaffe ich ein Metall. Ich kann zwei holen, jetzt muss ich wieder raus. Der hat den Anker kaputt gemacht, Leute. Ist kritisch. Okay, dann müssen wir eh zurück. Warum denn das? Bist du wieder aufs Boot gesprungen? Wegen deinem blöden Beten, oder was? Ja. Alter, der riskiert die ganze Vision. Keiner von uns kann mehr rennen. Ja, ich auch nicht. Scheiße. Scheiße. Ah, wo sind die jetzt hingefutscht? Da. Ähm, also ganz kurz. Ihr solltet echt dringend kommen. Ja. Wir sind so gut wie bewegungsunfähig. Und er riskiert den Anker wegen seiner Rübe. Ich habe das Segel in die andere... Oh, oh. In die andere Richtung, also wieder Richtung Insel. Aber der Wind ist in die falsche Richtung. Also ich treib ganz langsam weg. Mhm, dann paddelt. Okay, ich habe kein Holz. Wo liegt der Holz? Holz, 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 Holz. Ähm. Und die Richtung, ne, Felix? Ja. Ich gleich mal, wenn ich eine Beete essen. Der habe ich gleich an. Mach das, ich habe jetzt sogar Melone gegessen, um Essen zu bekommen. Ja, der kommt man ja nie mehr hin, das ist ja ewig weit weg. Echt, wo seid denn ihr? Mach so ein Köder raus. Was braucht ihr so lang? Köder. Ein Köder? Ja, schnell. Ich habe keinen. Das war's mit der Staffel. Nein, das schafft ihr, oder? Mhm. Ja, ich muss jetzt alle Beeren essen, dass ich da schnell hinkomme. Ja, Beeren kriegt man genug. Ah, ich könnte es schaffen. Warte, ich denke den Hai auf, nein. Ich bin drauf. So, wo braucht's denn jetzt das? Holz, ich mache es mal, Planke hier rein. Planke da rein. Der Hai kommt auf mich zu, ich hoffe, ob ich ihn abwehren kann. Oh, ich habe ihn tot. Du hast den Hammer, hast du, ne? Ich werfe jetzt hier Holz hin. Der Hai ist... Ich habe auch immer ein bisschen was. Ich kann den Kopf leider nicht mitnehmen. Oh, ich bin voll. Warte. Wie kann es denn so voll sein, wenn du nichts hast? Ja, ich habe ganz viel Zeug, warte. Hallo Leute. Ich habe neues Haifleisch. Das ist gut, ich bin mega ausgehungert. Wenn irgendwo noch Essen ist, nehme ich das. Ist das Tür jetzt durch hier? Äh, warte. Ja, dass er nicht da drauf liegt. Ich habe keinen Platz für den Spaß. Ich habe hier noch was, so. Da bist du ein Riesenvieh, das esse ich jetzt auf. Und zumindest ein Stück davon. Ja, mach das. Lass das Segel erstmal so stehen, dass wir uns erstmal richten können. Ja. Äh, wollen wir jetzt eigentlich wieder zurück? Dann? Weiß nicht. Ich würde es vielleicht lassen. Okay. Ja, ich habe noch, ich habe hier Samen für dich. Ja, ich bin voll voll. Ich hatte da eine neue Kiste gebaut, das gibt es ja gar nicht. Ja, die ist auch voll. Ja, was ramscheniert alles da rein. Ich habe vorhin ja auch drei Steine in der Kiste gesehen. Das ist ja Quatsch. Manche Sachen muss man einfach bei sich behalten. Ja, hier war was nicht aufgesteckt, das Glippern. Ja, das habe ich da gerade vorhin reingeschmissen. Ton, Sand konnte ich hier noch loswerden, das ist schon mal gut. Was? Das ist das Trockenziegel. Ich schaue gerade mal. Okay, ich könnte noch eine Schmelze machen. Ja, bauen kann man sie ja, ob man sie jetzt verwendet, weiß ich nicht. Okay. Ja, wir müssen mal Essenszeug sind ja hin auf das Bett. Von der Reise, Jonas. Ja. Achso, Jonas, ich gebe dir noch ein. Der Hut steht dir, Jonas. So siehst du auch in real life aus. Mhm, ja, ja. Ah, war das Action. Also es war jetzt nur ein Vorschlag. Ich würde sagen, dass der eine Vogel und das beste Dreck sich nicht lohnt, wieder zurück zu krampfen, oder? Nee, ich denke, wir können weiter. Okay, dann würde ich das Segel einfach mal einholen und uns mal kurz treiben lassen, ne? Jo. Du hast kein Holz mehr auf den kleinen Legen, ne? Dann machen wir dann weg und schmeißen wir weg. Aber so lange bis... Halt, ne? Wenn es ganz knapp ist, kannst du noch eins drauflegen. Und dann... Wenn es noch ganz, ganz knapp ist. Wenn es ganz knapp noch nicht durch ist. Oder wenn es halt noch nicht durch ist, einfach nur ein Holz drauf. Ja, ich glaube, wenn das jetzt fertig ist, dann bist du da das eine Holz auch fast durch und dann... Ja. Ja. Hier sind zum Beispiel noch zwei Hähnchenschenkel drin. Aber so wie es aussieht, hast du ja eh welche in der Hand. Ja, ich habe einige getötet. Ja, dann müsstest du die dort aber auch rausnehmen oder so, weil einfach das Stackproblem da irgendwann ist. Ja. Ja, ja. Die können sich, glaube ich, nur noch zu acht stacken, deswegen habe ich, glaube ich, da welche weggelegt gerade eben, weil es... Was? Ist doch alles auf 20. Ich glaube, also es ist irgendwie... Ich hatte irgendwie vorhin zwei rumliegen, keine Ahnung. So, hier sind noch zwei Metall, die nehme ich schon mal. Die habe ich geerntet und noch reingelegt damals. Ja, okay, dann keine Ahnung. Gut, aber das sieht doch schon besser aus. Es ist doch gar nicht mehr so voll jetzt sicher. Ja. Ja, Schenkel drin, kann jemand nehmen, wer will. Und dann, das weg. So, da heißt es wieder ans Tagesgeschäft, ne? Zeug reinholen. Muss in den Müllstrom. Ich schaue nochmal wegen dem Netz, ob wir uns vielleicht wieder welche leisten können. Ja, jetzt fahrzeile brauchst du, ihr habt ein paar. Hm, das ist Holz, was unser Riesenproblem ist. Ja. Wir haben einfach viel zu lang mit diesem komischen Grill da gearbeitet. Das ist einfach mal eine Behauptung, dass der mega viel Holz in den Posten hat. Hast du eine neue Insel bei uns? Weiß nicht, vielleicht wäre es besser, wir bleiben mit dem Müllstrom wegen dem Holz. Ja, können wir machen. Nein, wir können die Netze uns gar nicht leisten jetzt. Ja, ja. Ich hätte auch gerne mal ein bisschen Wasser. Ja, ich dachte irgendwie, als jemand es genommen hat, dachte ich, da braucht es. Ja, stimmt, wir könnten ja längst Sand schmelzen jetzt für den Reiniger ohne Holz. Ja, bin schon dabei, aber hat er erst mal Metall bevorzugt gehabt. Ja, ja, ja. Dann würden wir da ja auch nochmal Holz sparen. Ja, das ist richtig. Du, du machst das, ne? Du bist Schwestenbeauftragter, oder? Jo, ich glaube, es ist Metall durch, dass ich den Stack losgeworden bin. Ja. Was liegt hier eigentlich? Einfacher Grill, ach so. Der hat mich eigentlich so ein bisschen von Bord geworfen. Der wollte wieder zurück. Hm, gut aussehen. So, war es noch das echte Problem. Ich gucke nochmal. Okay, danke. Gut, dann schaue ich mir das mal an. Mit dem... Ah, okay. Gehe ich mal an den Forschungstisch. Muss bestimmt aus das Glas da reintun. Glas erforschen. Yes. So, hier hat es ein neues Teil für den dritten Kapitel. Ein Trinkglas. Perfekt für Saft steht da dran. So, wir wollen erstmal diesen Reiniger. Braucht viermal Glas. Oh, das dauert eine Weile. Okay. Ich würde tatsächlich die zweite Schmelze aufbauen. Okay. Die sind in der neuesten Kiste. Jo. Lass mal wieder ein bisschen aufs Meer gucken, ey. Wir sind doch gar nicht weit weg von der Insel, ne? Ja. Naja, vorbei ist vorbei. Ja. Boah, brauchst du das jetzt? Ja. Ich würde das Ding auch nicht mehr befeuern, ne? Also. Okay. Ich schau erstmal nach dem Reiniger. Okay, ein bisschen Kunststoffen müssen in irgendeiner Kiste sein. Klar, ein halber Stack. Braucht nur noch die viermal Glas. So, dann braucht ihr ein Glas zu lang. Ist doch eigentlich immer recht schnell gewesen. Na. Ist ja noch eine Insel. Ah, ja. Cool. Kommen wir auf die Karte zufällig zu, oder was? Sieht so aus, ne? Ja. Ich würde die mitnehmen. Das könnte eine mit einer Kiste sein. Ja, ja, ja. Ich hoffe, wir sind da eingefallen. Oh, ja. Was ist das? Rübe und Kartoffel. Der Grill wäre leer. Ich darf es nicht aufheben. Ich darf es nicht aufheben. Hä? Ich auch nicht. Hab ich mal gemacht. Ich habe eine Kartoffel bekommen. Okay, ich habe die Rübe auch in dem Moment bekommen. Da hebe ich jetzt den Grill noch auf dem Werfel mal weg. Wir nehmen das Wasser, ne? Ja, ja, mach das. Ich muss mal Segel auf die Insel ein bisschen. Ja. Ist da noch ein Fisch? Ne, hat mir einen Wels geklaut. Ja, mein... Ich habe... Ich habe den Lack. Ja, ihr habt auch. Ich habe alle. Endlich mal ein bisschen versorgt, ey. Wahnsinn. Ja, mit dem großen Krieg ist auch viel einfacher. Ja. Bei uns hat es halt zwei gebraucht, ne? Für das gute Gefühl. Ja. Der Grill war teuer. Ja. Waren die einfach beide tot oder was? Äh, nur einer war tot, ja. Also es waren nur einer sogar. Achso. Warum sind wir da nicht geschwommen im Müllstrom? Ist eine gute Frage. Ich wusste gar nicht, dass der Hei tot ist. Das hatte ich ein paar Mal wiederholt gehabt. Äh, das war drei, dachte ich. Ui. Sollte man sich für die Zukunft merken, ne? Einfach mal rein ins Wasser. Ah, das war keine Zwei. Äh, äh. Äh, anker, anker, anker. Machst du anker? Mach ich anker? Ähm, ich schau mal. Das reicht von mir, ich mach anker. Okay. Ich hab mir den Weiß gekreizt, oder? So, achst hab ich bei. Okay, es waren wohl scheinbar keine Kisteninseln, aber vielleicht im Wasser. Vielleicht, ja. Ich sammel mal das, was hier rumliegt, das Melonen und so. Ja. Weg mit den Samen. Na, ich hab jetzt noch Inventar, schieb die Stolmes noch auf. Nee. Gott. Was, nee? Ist der Grillputsch? Bruh. Nee, nee, alles gut. Ich glaub's wann, was war eigentlich? Nee, ich hab nur gepaddigt. Ich hätt's eigentlich, äh, hätte den Hei abwehren können, aber ich hab irgendwie einmal, oder zweimal sogar danach, nochmal, ihn nicht getroffen, gar nicht wieso. Ich hab, äh, den Wasserdinger schnell eingepackt. Okay. Also, er steht, er lebt noch. Aber halt, das Wasser ist jetzt da draußen. Muss ich halt nicht noch ins Wasser retten. Ja, das lange es keiner lebt, ist alles gut. Schau schon mal, was eigentlich der Ankernzimmer kostet. Zwei Holz. Acht Palmwedel und vier Steine. Hm. Also, wenn man jetzt nur wegen drei Bäume den Anker wirft, ist das nicht so lohnenswert. Ja, ja. Müssen vielleicht mal, aber müssen halt für den großen Anker es ja auch ein bisschen vergrößern. Nee, also entweder geht man dann ins Wasser und holt noch anderes Zeug oder rudert einfach mal kurz, während einer da die drei Bäume holt, ohne den Anker zu werfen. Ja, das stimmt. Irgendwie sowas. Soll ist mit dem tollen, super tollen Anker gar nichts zu tun. Einfach, dass sich überhaupt nicht gelohnt jetzt sicher. Ja, ja, ja. Brauchen wir noch irgendwas von unten? Ganz dringend. Also, ich bin nicht gerade dabei, aber ich kann rauskommen. Nee, wenn du dabei bist, ist doch alles gut. Ich hab's nur halt, es geht gerade nicht wegen dem Hai. Also, das ist sicher halt irgendwie in Ruhe, ne? Irgendwie. Okay. Ich trinke das jetzt leer. So. Perfekt. Er lässt sich gerade in Ruhe, das ist doch schön. Ich hab noch einen Fisch dabei. Im Moment hab ich eigentlich keins mehr. Eine Kartoffel werfe ich mal hier hin. Und die Melone tue ich auch zurück auf Lager. Wir haben keine Lagermelonen mehr. Was sind die ganzen Melonen? Die sparen mir eigentlich für Missionen. Ja, die hatte ich ja. Ja, sind die alle verputzt oder was? Ja, ich hab schon versucht das. Ja, hun. Du hast uns ja nur was gekostet in der Zeit. Hier liegt eine Kartoffel. Also, mach mal wieder den Stack da irgendwo hin, ne? Also, ich packe jetzt mal hier Melone rein. Nein, kommt jetzt zu mir. Sollten wir unbedingt aufheben für die Mission. Hier ist eine Höhle, doch eine Kiste. Ähm, bitte heil. Nervt mich so. Ich hab hier jetzt schon zweimal, äh, so hitten können, dass ich mich tritt. Du wirst dich, das Box macht mir echt komisch gerade in letzter Zeit. Also, hallo, da wie viel... ...wichtig meine Händen Schenkel aufheben, Digga. Also, du bist jetzt allein auf dem Floß, ne? Wenn der irgendwie angreift. Okay, ja, mein Sperr ist fast kaputt, das ist schon nicht gut. Was nicht gut? Mein Sperr ist fast kaputt. Aha. Wurde vermerkt. Meiner ist auch fast kaputt, tatsächlich. Meiner ist wie neu. Ich schwimme ja draußen lang. Oh, da ist ein Hai. Warum ist der da? Der ist dir wohl gefolgt, oder was? Ach, ich bin schon rum. Ich bin eigentlich jetzt hier draußen. Ja, das mache ich jetzt auch. Der ist gerade weggeschwommen. Ein bisschen an der... Boah, da kam doch die Wand, Digga. Ich schwimme Müllström rum. Ja. Ja, ist das bei mir. Theoretisch könnte ich ja bis zu diesem... ...Floß da drüben schwimmen. Theoretisch? Jetzt sind wir schon. Praktisch ist die Frage, wie lange dauert sowas. Oh. Okay, ich muss jetzt aus dem Wasser... Da war noch Metall zwar, aber ich bin... ...ein... ...hitten und bin ich tot. Ist es jetzt nur ein Hai bis jetzt? Ja. Jonas, was machst du denn auch in unserem Fluss? Nee, ich kann ihn nicht holen. Okay, ich mache das mit dem... ...zum dem Flusschwimmen, ne? Falls ich irgendwie sterbe, wisst ihr ja in welche Richtung. Ja. Hoffe ich. Felix. Guck, ob du das... ...ein Schenkelchen aufheben kannst. Nee, äh... ...ich weiß tatsächlich nicht, wo der Fluss los ist. Wenn man auf die Insel schaut, eher so nach links... ...hinten beim Raft. Okay. Ich darf den Hai nicht hitten. Ich auch nicht. Hier ist... ...ist verpackt. Aber hittet er euch? Nein, 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 nein. Nee, aber er hat fast den Ankerstuhl weggemacht. Hast du einen Hammer, Jonas? Achso, aber wenn er jetzt verpackt ist... ...und vielleicht beruht er sich auf Gegenseitigkeit... ...und man kann jetzt im Wasser sein. Also, nee, man konnte nur von oben nicht draufschlagen. Achso. Der Anker ist ja irgendwie... ...wahrscheinlich noch da... ...und es trifft dann irgendwie nicht oder sowas. Ein Glas und ein Bolz und ein bisschen Holz. Ich habe doch kein Holz, Felix. Hast du Holz? Ich habe Holz. Ja, hier. Hab hingelegt aufs Bett. Ist doch irgendwie Gott. Und warum leckt ihr überall Pakete? Nee, ich darf nichts, was auf dem Boden liegt, aufheben. Da ist die Insel. Ganz so ein Raft ist irgendwie verpackt. Man könnte meinen, unser Raft steht irgendwie bei da oben. Aha. Aber da ist kein Problem, dass der Host ein bisschen weg ist, oder? Nee, aber ich kann auch nichts aufgeben. Ich bin hier da im Paket. Hilfe. Ja. Oh, glaube ich hab das mal. Ja, wenn ihr nichts verteidigen könnt, dann geht wenigstens vom Raft runter erstmal. Da bringe ich's mir weg, knabbern, in der ganzen Zeit. Ja, das stimmt. Vielleicht kann ich den ja hätten, oder wir... Ja, wir konnten ihn von unten hätten, aber wir können irgendwie auch nichts vom Raft aussammeln. Ich hab Jonas Holz gegeben, zum Reparieren. Mhm. Aber es liegt im Bett und ich kann es nicht aufheben. Ich hab's Bett schon mal weggemacht und ich kann es auch nicht aufheben. Äh, probierst du mir vielleicht den Hammer hier auf den Felsen zu geben. Ja, es geht's. Also ich schwimme draußen noch im Milchstrom, ne? Also wenn mir was passiert ist, wüsst du Bescheid. Aber der durfte es jetzt aufheben. Ja, hab ihn repariert. Aber... Ich darf immer noch nichts, trotzdem nichts aufheben. Ja, aber ich komme jetzt zurück. Ja, aber das wäre es auch. Komisch. Ja, absolut. Vielleicht durchstarten oder so, oder hast du halt, für heute lasst, keine Ahnung, ist das eine Stunde. Jetzt lass mich doch erstmal zurückkommen, dann legen wir vielleicht mal ab, oder gucken wir mal was passiert, wenn ich da bin. Also ich würde jetzt an den Burg gehen und ablegen und dann mal gucken, was passiert. Oder ist noch irgendwas, wo was rumliegt, unten oder auf der Insel oder so, ne. Ne, also die Weisaren hier. Weil ich schwimme ja erstmal mit. Ja. Ja. Außerdem kann ich die ja aufheben. Ich hab sie gerade in der Hand gehabt, kannst du sie jetzt aufheben? Ich hab einfach nicht voll. Mein Bett ist, ah ne. Hey, hey, ich kann ihn nicht hitten. Ich hab ihn doch gehittet. Ja, aber ich nicht. Ich hab auch geschlagen. Ich auch nicht. Es ging nichts durch. Die Blanke, könnt ihr die jetzt aufheben? Nein. Warte, mach mein Bett weg. Ne, nix. Ne. Die hier, die ich jetzt voll anders? Ne. Nope. Auch nicht. Ja, da müssen wir halt mal raus mit rein, ne. Ja. Bis dahin dürft ihr gerne mal ein Like da lassen, ein Abo natürlich sowieso wie immer. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao Leute.